Es war die erste Niederlage für Kevin Hanson bei We Love MMA 53 in Hannover. Eine Niederlage, die sich schwer verdauen lässt? Ja, definitiv. Ich habe leider durch Punkte verloren, aber mein Coach sagt immer, durch Punkte zu verlieren ist eigentlich gar keine Niederlage. Man kann an sich arbeiten, um seine Fehler zu verbessern. Was war denn Ausschlaggebend? Was hat dein Gegner, was hat Oma Koram hier aus Hannover besser gemacht als du in diesem Kampf? Ja, Oma war sehr stark. Er konnte die Garde gut halten, er hatte starke Schläge drauf, er war auch sehr dominant. Aber es hat einfach ein bisschen an meiner Motivation vielleicht gehapert. Vielleicht war es auch nicht mein Tag, es können verschiedene Faktoren haben. Aber ich denke mal einfach nur, es war nicht mein Tag. Vom Zuschauer her hat es ausgesehen, dass du natürlich klar deine Größenvorteile ausspielen willst, sowohl von der Reichweite her, der Arme, als natürlich auch der Beine. Und gefürchtet ist nun mal dein Kick, mit dem du schon zwei Kämpfe entschieden hast. Diesmal aber, Oma hat es schlau angestellt, hat es unterbunden, hat dich immer auf den Boden heruntergebracht. Ist das noch so ein bisschen die Schwäche, an der du arbeitest, dieser Bodenkampf? Ja, das ist so ein bisschen meine Schwäche noch. Daran arbeite ich jetzt, seit Neuestem. Und ich versuche jetzt auf jeden Fall immer besser zu werden und meine Techniken zu verbessern auch. Im Prinzip die Zeit spielt für dich, du bist noch ein junger Kämpfer, bist jetzt 27 Jahre alt. Also vielleicht sogar im besten Alter, um noch eine Entwicklung zu machen und die nächsten Schritte zu machen. Ist schon ein bisschen was geplant oder ist es ein bisschen früh, nach so einem Kampf gleich zu sagen, wie geht es weiter? Also ich habe mir ein striktes Ziel vorgenommen. Also ich will auf jeden Fall gegen Dustin Stolzfuss antreten, um den Titel. Er ist echt ein spektakulärer Gegner und ich bewundere seine Technik, aber es ist einfach ein Ziel. Weil ich denke mal auch, ich spreche mir mal für jeden Kämpfer, dass er sich gegen die Besten messen will und einfach die Besten kämpfen will, um sein Können zu beweisen. Mein Ziel ist es einfach, meine Technik zu arbeiten, mehr zu trainieren, mehr zu geben und einfach das Beste erst draus machen. Kevin, großes Ziel. Der nächste Schritt allerdings wird jetzt sein, erst mal wieder zurückzukommen, weil klar, nach einer Niederlage kann man nicht gleich den Besten fordern. Das ist richtig. Auf jeden Fall, der nächste Kampf wird definitiv besser sein und ich werde diesmal 100% nach einem Lockout gewinnen. Danke dir und weiterhin viel Erfolg und dass du ein gutes Comeback hast dann. Danke Kevin Hanson. Danke dir.